Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Schutz von Whistleblowern hat in jüngster Zeit ja einen gänzlich neuen Stellenwert erfahren in der öffentlichen Debatte. Da ist die Veröffentlichung der Dokumente der NSA durch Edward Snowden, wodurch die Welt Einblick bekommen hat in die nahezu flächendeckende Überwachung des Internets und die Langzeitspeicherung von Metadaten und Kommunikationsvorgängen. Und damit ist natürlich letztlich auch eine Debatte um die Gefährdung von Demokratie und individueller informationeller Selbstbestimmung im Zeitalter von digitaler Globalisierung losgetreten und bis heute auch nicht beendet worden. Es gibt eine Reihe weiterer Namen. Chelsea Manning ist einer, sicherlich noch einer der bekanntesten. Aber wir kennen das. Whistleblowing wird vornehmlich dann begrüßt, wenn das anderenorts stattfindet. In den eigenen Sphären ist das dann schnell Nestbeschmutzung oder Gefährdung des Staatswohls. Wir erinnern uns an die Präsidentschaftswahlkampfreden von Präsident Obama, der damals gesagt hat, man muss die Whistleblower richtig schützen. Und wir wissen auch noch, was Präsident Obama gesagt hat, als Edward Snowden dann mit dem Stick, mit den Unterlagen nach Hongkong entschwunden war. Aber wir brauchen überhaupt nicht bis in die Vereinigten Staaten gucken. Und lieber Kollege, wo ist er denn jetzt hin? Ah, Herr Zimmermann. Ja, lieber Kollege Zimmermann, wir dürfen nicht vergessen, dass ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aufgrund eines Berliner Vorgangs ergangen ist. Mit anderen Worten, so zu tun, als ob die Berliner Verwaltung grundsätzlich rechtstreu sei, was im Übrigen die NSA auch behauptet. Damit ist es alleine noch nicht getan. Sie haben sich selber darauf hingewiesen. Wir brauchen Vorkehrungen, die sichern, dass dann, wenn es Verletzungen gibt, wir auch entsprechende Möglichkeiten des Eingreifens haben. Inge Hannemann, Jobcenter Hamburg, ist nochmal ein weiteres Thema. Auch da sieht man, es gibt durchaus in Deutschland auch Fälle, wo Menschen aus der Verwaltung heraus etwas erzählen. Und es muss auch nicht immer um Korruption gehen. Es muss auch nicht immer um Bestechung gehen. Manchmal geht es einfach um ganz allgemeinpolitische Missstände. Insofern ist das Ansinnen des Antrags der Grünen richtig. Richtig ist auch, dass der nachhaltige Schutz von Whistleblowern bundesgesetzlicher Regelungen bedarf. Der rechtliche Schutz in Deutschland, das kann man, glaube ich, so festhalten, ist in weiten Teilen unklar. Aber intransparent und auch stark beschränkt. Die Linken und die Grünen haben im Bundestag entsprechende Anträge eingereicht. Die Grünen sogar einen Gesetzentwurf und zeigen Wege auf, was dort getan werden könnte und getan werden müsste. Und trotzdem bleibt es richtig. Wir müssen auch die landespolitischen und landesgesetzlichen Spielräume nutzen. Herr Zimmermann und Herr Behrendt haben darauf hingewiesen. Wir haben Korruptionsregister. Wir haben einen Vertrauensanwalt für die Korruptionsbekämpfung. Wir haben nach fünf Jahren, lange hat es gedauert, jetzt endlich auch das elektronische Hinweisgebersystem. Trotzdem denke ich, dass die Anträge der Grünen zu diskutieren sind, auch gründlich zu diskutieren sind. Ich glaube, sie haben natürlich in allererster Linie klarstellenden Charakter. Weil die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt es jetzt. Und die sollte auch der Maßstab sein für klarstellende Regelungen. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir können das durchaus ins Landesrecht übernehmen, wo es denkbar ist. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, das entsprechende Urteil auch zu implementieren in Landesrecht. Zu den Vorschlägen im Einzelnen ganz kurz. Berliner Beamtinnen und Beamte sollen durch eine standardmäßige Einstellung eines möglichen Disziplinarverfahrens gegen Hinweisgeber geschützt werden. Das ist gut und richtig. Man muss allerdings anders als in dem Antrag behauptet sagen, daraus ergibt sich noch kein allgemeines Anzeigerecht für Beamtinnen und Beamte. Die strafrechtliche Gefahr bleibt und auch ein Disziplinarverfahren wird erstmal eingeleitet. Wir wissen ja, das ist auch nicht ganz so einfach, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein kompliziertes Geflecht der Abwägung der unterschiedlichen Interessen, auch der widerstreitenden Interessen entwickelt. Insofern muss es in irgendeinem Verfahren auch geprüft werden. Es wird also das Verfahren erstmal geben. Der zweite Punkt, wir müssten tatsächlich nochmal darüber diskutieren, ob die Änderung des Landesbeamtengesetzes in dem Zusammenhang auch nochmal möglich und sinnvoll ist. Das sollten wir in den Ausschussdebatten tun. Im grünen Antrag ist das bisher so nicht drin. Der dritte Punkt, die Hinweisregelung an den Verfassungsschutzausschuss. Okay, gut, das sollte dann auch anonym erfolgen können. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum nur dort? Es gibt auch andernorts in der Verwaltung sensible Bereiche. Und da muss man einfach darüber reden, ob es nicht auch in einem solchen Fall dann sinnvoll ist, quasi so eine Petitionsmöglichkeit zu geben. Und da sind wir dann natürlich bei den anderen sensiblen Bereichen, wo wir die parlamentarische Kontrolle stärken, fast schon beim Einstieg in die Funktion des Abgeordnetenhauses als Ombudsstelle quasi. Aber das muss man diskutieren. Das muss ja nicht per se falsch sein. Vierter Punkt, Hinweisgebersysteme bei Landesunternehmen via Landeshaushaltsordnung, bei beauftragten Unternehmen via Vergabegesetz. Ich finde das gut. Und der fünfte Punkt, der bezieht sich dann auf Antrag 2, Anwendungstarifvertragsänderung, Regelung für die nicht verbeamteten Beschäftigten. Ich bin kein Arbeitsrechtler. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein tauglicher Gegenstand tarifvertraglicher Regelungen ist. Aber erst mal klingt das ganz überzeugend zu sagen, wenn Verschwiegenheitsregelungen da geregelt werden, dann müssen auch so eine andere Regelung da geregelt werden können. Aber das können wir prüfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Über die offenen Fragen sollten wir uns im Ausschuss verständigen, dass ein effektiver Schutz von Whistleblowern nötig ist. Daran besteht für die Linksfraktion allerdings kein Zweifel. Vielen Dank.